Ja, moin moin und meddle, meine lieben Freunde. Der nichts riechende und nichts schmeckende Ofi meldet sich mal wieder bei euch, weil es wird utopisch. Richtig utopisch, meine lieben Freunde. Und vorab, es ist glaube ich kein April-Scherz, also von mir auf gar keinen Fall. Und soweit ich das beurteilen kann, auch von Rainer ist es kein April-Scherz. Denn der Drachenlord möchte nach Portugal, womöglich sogar auswandern, und sagt uns in seinem neuen Blog-Eintrag, dass er nicht mehr so nett auftreten wird wie bisher, und er uns mal zeigen wird, was wirkliche Arroganz ist. Aber wir lesen uns das gleich mal im Blog durch, und dazwischen werde ich ein bisschen einhaken und ein bisschen was erzählen. Bevor wir loslegen, gibt es noch zwei Kanäle, die ich euch einmal empfehlen möchte, und die ihr euch unter einem Video einmal anschauen könnt, ich verlinke sie da. Das ist einmal die 1510 Cloud, der sehr gute Zusammenschnitte von Streams macht, und nachdem sich Winkel als Liste ja vorerst verabschiedet hat, ist das eine wirklich gute Möglichkeit, sich nicht den ganzen Müll von Rainer anschauen zu müssen. Und dann noch der Synth, der im South Park ähnlichen Animationsstil Rainers Sachen vertont, und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon wirklich geil, das kann man sich absolut gut anschauen. Lasst bei den beiden gerne mal ein Abo da, das lohnt sich auf jeden Fall. Okay, und nun legen wir mal los, und ich lese euch das mal vor. Zitat, Drache in Portugal Meddle-Leute, Servus und Willkommen. Heute möchte ich euch einen Vorschlag machen. Ich möchte eine Weile aus Deutschland abhauen. Fürs Erste stehen drei Wochen in Planung. Wenn das gut läuft, gerne auch mal drei Monate, und dann vielleicht auch irgendwann für immer. Deutschland stinkt mir die Gesetze, die Regierung und die viel zu laschen Gesetze und Ignoranz von Mobbing, ob online oder im realen Leben. Ich habe zehn Jahre Mobbing in der Schule hinter mir. Inzwischen sind es auch zehn Jahre Mobbing im Internet, und damit sind wir bei mehr als 20 Jahren. Bei meinem Alter von knapp 34, das bedeutet, ich bin mehr als die Hälfte meines Lebens gemobbt worden. Alle sagen, das, was der alles schon durchgemacht hat, da hält der auch ein bisschen noch aus. Und das auch, und das auch, und das und das. Und ich sage, nein, ich schaffe das nicht mehr. Ich setze nun alles auf eine Karte. Ihr sagt, ich provoziere. Ihr sagt, ich polarisiere. Ihr meint, ich bin der Täter und nicht das Opfer. Oder? Nach wessen Definition bitte? Ich hatte nie vor, zu provozieren. Ich provoziere, weil ich Dinge anspreche, die anderen sauer aufstoßen. Ich polarisiere, weil ich Sachen sage, die vielen nicht passen. Sie an ihre eigenes Versagen erinnert oder einfach falsch aufgefasst werden. Ich sagte es schon oft. Ich bin nicht dafür verantwortlich, was ihr versteht, nur für das, was ich sage. Ihr wollt mich scheitern sehen? Warum? Weil ihr es witzig findet. Ihr wollt mich vernichten, weil ihr darüber lacht. Ihr sagt, ihr hättet an meiner Stelle aufgehört mit den Steams. Wisst ihr was? Das glaube ich euch sogar. Denn ihr seid nicht der Drache. Ich bin stärker als alle Götter, Dämonen und alles, was sonst so in unserer Ebene der Existenz lebt. Bin ich arrogant? Nein, das ist nur die Wahrheit. Ich plane in diesem Monat eine Reise nach Portugal, für mindestens drei Wochen für den Anfang. Ich habe vor, in der Zeit im Zelt zu leben und daher brauche ich nicht so viel Geld wie in Deutschland. Ich habe vor, mir das Land anzuschauen. Ich will vielleicht auch dahin auswandern. Ich brauche dafür grob 700 Euro. Ich werde in der Zeit Videos und Streams hochladen für euch. Zitat Ende. So, und hier unterbreche ich mal und will mal etwas dazu sagen. Neben der Schallplatte am Anfang, die wir ja schon die ganze Zeit kennen und Rainer ja immer wieder wiederholt, fährt er hier ja wirklich groß auf und will nicht dafür verantwortlich sein, dass wir halt alles falsch verstehen. Lieber Rainer, wenn du dich mit Juden in der Zeit um 1940 vergleichst, dann liegt die Empörung der Leute nicht am Empfänger, sondern am Sender. Wie man wirklich behaupten kann, dass die Leute alles falsch verstehen, was er sagt, ist einfach nur weltfremd und zeugt einmal mehr wirklich davon, dass Rainer null verstanden hat, worum es wirklich geht und warum die Leute halt im Internet ihn wirklich so hassen. Dann kommt noch die Aussage, ich bin stärker als alle Götter und so weiter, die er auch an seine Aussage erinnert, ich bin das höchste Wesen, Herr Ezzala. Und er verneint noch, dass er nicht arrogant ist, sondern halt nur die Wahrheit spricht. Und wenn das alles wirklich so seine Meinung ist und er davon überzeugt ist, dass das so stimmt, dann möchte ich hier einmal die Polizei oder die Gemeinde ansprechen und empfehlen, dass hier die Forensik mal eingeschaltet wird. Denn wir sind hier langsam an einem Punkt, wo es glaube ich nicht mehr witzig ist. Er sagt dann noch, dass er grob 700 Euro braucht und das ist die Summe, die er durchs Crowdfunding halt einnehmen wollte. Er hat davon, glaube ich, vor ein, zwei Tagen drüber gesprochen in seinem Stream und hat halt noch nicht den Zweck verraten, aber er wollte schon halt eine dreistellige Summe einsammeln, um halt ein Projekt zu verwirklichen, was wir jetzt wissen, halt diese Portugal-Reise ist. Und da er das schon vor ein paar Tagen angesprochen hat, glaube ich halt auch nicht an einen April-Scherz. Denn tatsächlich gehen seit, ich sag mal, ein, zwei Tagen diese Infos mit Portugal schon im Autorenkreis rum. Dass Rainer nach Portugal halt möchte. Das hat möglicherweise auch was mit dieser Dame hier zu tun, die eine Hausbesetzerin in Portugal ist und Rainer aufgefordert hat, dahin zu kommen und bei denen halt mit zu wohnen. Dieses Video ist mein xster Versuch, dich zu erreichen, Rainer. Dieser Aufruf ist für dich. Wenn du einen Weg raus aus der Sklavenmatrix suchst, die laden dich herzlich nach Portugal ein. Ich verlinke euch dazu mal Klontas Video, der hat das ganz schön zusammengefasst. Was ich von Hausbesetzern halte, behalte ich jetzt mal lieber für mich, weil sonst wird mein Video hier vermutlich gesperrt. Aber so wie die Dame und der Herr in dem Video rüberkommen, ist der Grund, warum die nach Portugal ausgewandert sind, höchstwahrscheinlich die lockere Drogenpolitik dort. Und ich sag's euch ganz ehrlich, wenn ich mir Rainer in diesem Umfeld vorstelle, dann wünsche ich mir wirklich, dass das passiert. Weil das würde ich dann zu gerne miterleben, wie Rainer in dieser Hausbesetzer-Szene auf irgendwelchen Substanzen dann streamt. Das wäre dann eine Staffel, die wirklich extrem wird. Naja, okay, wir lesen jetzt erstmal weiter. Zitat Ach im Übrigen, ich werde in Zukunft anders auftreten. Wenn ihr mich bis jetzt für arrogant gehalten habt, dann werde ich euch mal zeigen, was Arrogant wirklich bedeutet. Ihr seht, was ihr sehen wollt, egal ob ich gut oder böse bin. Ihr glaubt immer zu wissen, wer Rainer Winkler aka Drache ist. Doch ich zeige euch, dass ihr nicht die geringste Ahnung von meiner Persönlichkeit habt. Ich hoffe, dass ich meine Fans dadurch nicht verliere. Aber den Kritikern und Hatern werde ich zeigen, dass mein Name nicht ohne Grund Drache ist. Drachen haben nahezu unendliche Geduld. Doch wenn diese Geduld aufgebraucht ist, setzen sie alles um sich in Brand. Meine Fesseln haben schon vor einem Jahr angefangen zu brennen. Nun sind die Seile, die mich fesseln, nahezu vollständig verbrannt. Zitat Ende So, hier will ich nochmal einhaken. Er wird uns mal zeigen, was Arrogant sein bedeutet. Ich bin gespannt, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich noch schlimmer als bisher geht. Aber sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube, das kann man auch sehr schnell erkennen, was hier vor sich geht, warum Rainer das so geschrieben hat. Rainer versucht diesen Plan mit Portugal halt wirklich umzusetzen, denn das ist auch meine Info schon seit einigen Tagen. Schreibt aber in seinem Blog, in dem er das jetzt so ankündigt, dass so drüber, mit so viel Arroganz in diesem ganzen Text, dass die Leute nicht wissen, ist das jetzt ein April-Scherz oder nicht. Denn das ist seine Taktik. Somit behält er für sich jetzt nämlich alle Möglichkeiten in der Hand. Wird das jetzt in der nächsten Zeit nichts, dass er das Geld zusammenbekommt, heißt es, ja das war nur ein April-Scherz. War doch klar. Wird er das Geld zusammenbekommen und er schafft es nach Portugal, kann er sich darauf berufen, dass er ja im Blogs die Wahrheit gesagt hat. Also egal, wie diese Reisefantasien von ihm jetzt ausgehen werden, weil er das halt heute am 1. April gepostet hat, kann er sich rausreden. Merkt euch meine Worte, wenn das nicht klappen sollte oder er irgendwie zu viel Angst bekommt vor Portugal und dieser Reise oder so und das dann absagt, kommt dann in ein paar Tagen, nee Leute, das war doch ein April-Scherz. Zu 100%. Okay, wir lesen jetzt nochmal den Rest durch. Zitat. Ihr fragt mich immer, was ich in Zukunft geplant habe. Ich habe nichts geplant. Ich bin gar nicht in der Lage, länger als ein paar Tage maximal ein, zwei Wochen im Voraus zu planen, da Menschen, die glauben, ein Recht über mein Schicksal zu haben, das verhindern. Aber ihre vermeintliche Macht, ihre Reichweite, die Einfluss ist nur gestohlen. Ich bin es, von dem sie sich alles stehlen und damit ist jetzt Schluss. Wer mich unterstützen kann, ist mir willkommen. Ihr könnt ein Zeichen setzen, wenn ihr mich unterstützt, dass ein Drache und damit jene, welche er dient, seine Fans und Anhängern, sich von sowas Lächerlichen wie einer Übermacht nicht beugen. Ja, die Kritiker und Hater sind mir vielleicht einer zu 1 zu 10.000 überlegen, aber Drachenfeuer ist heißer als die Hölle und kann mehr als eine Million auf einmal verbrennen. Dazu kommt, dass ich nicht alleine bin. Hinter mir stehen noch meine Drachis. Und wenn die Kritiker und Hater 100.000 sind, dann stehen hinter mir mindestens 150.000 Drachis, was bedeutet, dass unsere Macht ihrer überlegen ist. Es kommt nur, nur auf die Pläne an. Drachis, vergesst nie, ihr seid mächtiger als jeder Hater. Ihr seid es, die mir die Macht geben und ich bin es, der euch die Macht gibt. Wer soll euch aufhalten, wenn ich hinter euch stehe, indem ich mich schützend vor euch stelle? Es ist an der Zeit, da Stellung bezogen wird. Zieht die Schwerter, nicht wortwörtlich. Ich würde euch basten, äh, boosten, meint er wahrscheinlich, und eure Schwerter werden mit der Flamme des Drachen brennen und damit selbst das Eis von Niflheim durchschneiden. Um Gottes Willen. Zusammen sind wir unaufhaltsam. Lasst uns zusammen die Grausamkeit beenden. Nicht durch reale Schlachten, Mobbing oder ähnlichen, sondern durch Verständnis. Aufdeckung derer, die uns versuchen zu unterdrücken und sie ins Licht zerren. Lasst uns alle Scheinwerfer auf jene richten, die sich an dem Leid anderer ergötzen. In diesem Sinne euer Drache. Zitat Ende. So, und diese ganze Fantasie-Geschichte da, die er dann auch mit reinbastelt, macht das alles nur noch absolut lächerlicher. Aber generell kann man sagen, ein schöner unbesiegt auf ewig Blog von Rainer, in dem er halt seine Portugal-Fantasie nun öffentlich gemacht hat. Und wie gesagt, soweit ich das beurteilen kann, will er wirklich nach Portugal. Also das ist kein April-Scherz. Aber ich bin mir sicher, sollte sich halt was ändern an der aktuellen Situation oder er das Geld nicht zusammenbekommen, wird er sich damit halt rausreden. Von wegen, ja, April-Scherz. Das ist halt der Grund, warum er das halt heute gepostet hat. Sonst hätte er das ja auch schon vor zwei Tagen ansprechen können, als er sein Projekt ja schon im Kopf hatte und halt die Fans auf Crowdfunding angesprochen hat. Also auch nochmal ganz klar hier zu sagen, spendet ihm bloß nichts. Aber ich bin schon ehrlich, ich möchte das gerne sehen, wie Rainer in Portugal ist und dann komplett da nichts gebacken bekommt. Wir erinnern uns ja alle an seine paar Stunden Aufenthalt in Italien, die er da am Rande des Wahnsinns verbracht hat, weil er dann nicht mit der Mautstation klarkam und dann mit dem Hotel nicht zurechtkam und dann wieder umgedreht ist mitten in der Nacht. Aber hey, Rainer kann sich sicher richtig gute Pläne machen, wie er ein paar Wochen oder Monate oder noch längere Zeit in Portugal abreist. Ja, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja. So, in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video sage ich, meddle auf meine Freunde. Ja, da bin ich.